Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr am besten den Knoblauch- oder Zwiebelgeruch an euren Händen loswerdet. Mein erster Tipp, ihr nehmt einfach ganz normale Zahnpasta und wascht euch damit die Hände. Mein zweiter Tipp, ihr nehmt eure Hand, feuchtet sie mit kühlem Wasser an und reibt sie am Edelstahl eurer Spüle.